Ja, hi. Also ich bin Tom, 22 Jahre alt, bin Physiotherapeut und auch noch selbstständig im Bereich Training, Coaching, Beratung. Hab mit fünf Jahren angefangen im Turnen, war dann auch für mehrere Jahre im Leistungssport tätig. Hab dann nochmal ein bisschen gewechselt auf Parkour und Freerunning, dann hat es angefangen mit Kraftsport. Und ich sag mal so, die Interesse für Ernährung und so weiter Persönlichkeitsentwicklung kam dazu. Also es kam während der Physiotherapieausbildung, dass ich mir gedacht habe, das geht zu sehr in eine Richtung und meine Interessen sind viel breiter gestreut. Und dann bin ich zum Glück auf Chris' einen Account gekommen und hab mich direkt abgeholt gefühlt, weil es jemand war, der die ganzen Sachen selbst gemacht hat und dieses unfassbar umfassende Wissen mitgebracht hat. Und direkt alle digitalen Produkte geholt, alles durchgeschaut, genutzt für die eigene Arbeit, für die Physiotherapie, für die Selbstständigkeit dann. Und dann hab ich mir gedacht, okay gut, geh ich den Schritt weiter. Ich möchte Chris persönlich kennenlernen, schauen, ist das alles so wie auf Instagram, wie er sich sozusagen darstellt. Und ja, hab dann die Ausbildung gebucht. Okay, weiß ich tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es halt an so vielen Stellen so tiefgründig ist. Und du hast zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass direkt neue Fragen aufkommen, was ja super, super gut ist. Und was Chris halt mitbringt, wie er es erklärt, halt wirklich radikal offen und ehrlich, sagt dir genau halt, was abgeht, wie die aktuelle Datenlage ist, wie alles zusammenhängt. Und das ist für mich der Punkt, der am interessantesten ist, wie ich sag mal so dieses Ganzheitliche. Das ist nicht nur Scheuklappen auf diese einen Sache, sondern wirklich, du behandelst alles, du bekommst Informationen zu allem und du machst die ganzen Sachen praktisch. Und ja, also unfassbar, unfassbar wertvoller Mehrwert kann man fast nicht in Worte fassen. Das ist einfach ein Gefühl. Und die Ausbildung ist im Prinzip für jeden, der sich im Bereich Gesundheit, Leistungsfähigkeit für all die Dinge interessiert, um sich selbst persönlich aufs nächste Level zu heben, zu bringen. Und natürlich für jeden Trainer, Therapeuten, der wirklich aktiv eins zu eins mit Menschen arbeitet, für den ist es, würde ich sagen, must have, weil du bekommst Dinge an die Hand mitgegeben, die du so nirgendwo anders bekommst. Und die Zusammenhänge sind einfach so unfassbar wertvoll, weil du eben nicht nur in eine Richtung schaust, sondern alles abdecken kannst, sozusagen, und dich dann spezialisieren kannst. Es ist einfach unfassbar wertvoll. Und ich denke mal, da für die meisten Therapeuten und Trainer der Mensch im Vordergrund steht, sollte jeder die Ausbildung bei Chris machen.